send your cringy videos to mike on twitter and tpix's favorite in the next episode of cringy dingy und heute gibt's mal wieder ne neue folge von cringy dingy super videos geschickt bestimmt jetzt mal sehen folgt mir auf hier sollte eigentlich der folge ihr wisst was du scheiß wir fangen an schau deine let's play sie sind cringe genug xd wo wo ja da hat er recht hier sind ein paar cringe sachen ben täuscht mich nicht der wohl bekannteste bösewicht ich bin schon eine längere zeit ein sonic the hedgehog bitte komplett anschauen okay wir haben ja super dead scenes wahrscheinlich nicht das ist das ist das ist Ich bin tot, Mama, ich f... Muss ich die MeToo-Move-Folge eigentlich noch verlieren? Miiiitooomoo, Miiiitooomoo, Miiiitooomoo Zeit auf den nächsten Pass zu reagieren und hier gibt es noch ein anderes... Oh nein, ich seh... Oh nein, jetzt habe ich schon geguckt... Ja, das ist bestimmt irgendwas mit... Nein, dicke... Nein! Nein, du kannst mir das nicht... Nein! Das gibt einen zweiten Teil von... Laber nicht! Okay, das war's. Ich werde das Weiße wahrscheinlich nicht reintun, ihr habt nicht wirklich was verpasst. Das war einfach... Anstatt Cringe war es langweilig ist. Fuck! Nein! 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 Oh nein, das kann ich nicht zeigen, aber... Oh Gott, ich kann es nicht zeigen, weil wegen, wegen, wegen Copyright Gründen, aber... Ich sehe es schon, das ist mega cringe. Was haben die Leute mit Sonic.exo und Sonic? Leute, die sind nicht ein paar oder so, Alter! Ich tipp die lieber mit Amy oder so ein Scheiß. WTF, was ist das, ey? Mutter! Was ist das? Okay, das ist ein super Video. Mag ich. Es ist toll. Mehr davon und so. Wenn ich so sagen, habe ich überhaupt keinen Bock mehr, mit dieses Video zu schauen, Mann. Was ist das? Der wird immer wieder so cringe oder so ein Scheiß. Was ist das? Mag ich neue Benze! Oh mein, echt Benze! Pah! 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 4a! Der Typ der Augen, wie Basel, die Tat! Trägt neue Sneakers! Trägt neue? Trägt neue! Oh, ihr Einsenner! Sneakers! Schon wieder! Im Welt von einem Tierpark! Ein Tierpark! Pah! Dein Scheiß! Fick mich, Alter! Nagelboy Benze! Fick mich! Fick mich, Digga! Digga, Martin! Digga, Martin! Ich bin gefickten! Mann! Digga! Ähm! Photoshop war ein Job! Ich war nicht mal hell! Ich war nicht mal hell! Mit nem neuen Audi R! Nagelneuen Audi R8! Das ist ein super Video! Oh! Und jetzt? Jetzt sing du! Nein! Sag! Oh Gott! Sag! Horensohne! HALO! Du bist geboren! Das willst du mal! Martin nochmal! Dürkische Erziehung! Nein Spaß! Okay! Okay! Ich glaube es geht mir nicht zu weit! Tolles Video! Gibt auf jeden Fall einen Like! Einen ungetreten Like! Ich mag's! Wir gehen da wieder! Ich bin der only girlfriend und wife von Cobham! Also wenn wir ihn tochen oder du sagst, es ist dein Freund? Wir werden dich töten! He is mine! Ich kann mir das nicht weiter angucken! Weil erstens ist es copywritet und zweitens ist das cringe und drittens ist das zu brutal! Das geht nicht! Das können wir uns nicht weiter angucken! Der Oberchecker! Ich bin der Rapper von Bauten! Das kenn ich! Hab das ganze Zimmer vorher! Das kenn ich! Ich bin der Oberchecker! Das kenn ich! Das ist ein superes Video! Mein Leben! Mein Leben besteht nur aus Saufen! Kiffen! Und noch mehr! Ja! Mein Leben! Mein Leben! Bestimmt nur aus Kiffen! Und noch mehr! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Wie oft soll ich dir das noch sagen? Meine Fresse! Dann topf ich endlich mal in Ruhe! Darf ich mal in Ruhe kacken? Nein! Das kapierst du nicht! Okay! Ja! Die Lyrics sind wieder mal top! Ja! Tolle Klassiker! Egal! Hier kommen noch ein paar Maiko-chan-Senpai! Oh nein! Was ist das denn schon wieder? Mann! Immer muss ich leiden! Wegen Mützies-Videos! Wieso? Sonic.exe entails Doll-Chat! Nein! Hallo? Schattest du? Oh! Das ist irgendwie so eine App, oder? Ich hab schon voll viele Videos von diesen gesehen! Das ist so schlecht, halt! Ich bin froh! Let's some kill people! Gute English is there! Yeah! Anywhere! Yeah, lad! Warum hat das 2 like kill me? Trauriger shit! Ich bin froh! Ich bin froh! Ich bin froh! auch, aber jetzt hast du dich umgebracht, oh nein, das war ne tolle Geschichte, wir gehen. Nach zwei, dann waren es aber alle. Obwohl Mütze die meisten schickt, ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht so richtig viele schicken, trotzdem, Mütze hat anscheinend wieder gewollt mit seinen ganzen... Meeltobo, 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 Meeltobo. Junge, rastet beim Computerspielen auf. Plastiker, kennt man. Das ist fake. Du sollst laufen und ich bringe, Junge. Von geklaut von... An Realtournament Kid. Der deutsche, nicht der englische oder deutsche. Alter. Das kann ich auch, du Spaß. Okay, das kann ich jetzt viel. Also ich könnte das schon, aber ich will meine Schleckung jetzt nicht wegweisen, das... Ja, ich hab keine Facecam drin, weil ich es immer noch nicht wollte. Vielleicht in dem nächsten Mal oder so. Like das Video bei... Leute, bei 10.000... Okay, was ist mir nicht zu viel? Bei 10 Likes mach ich... Da mach ich richtig krass, wahrscheinlich. Da mach ich Webcam an. Boah, Leute. 10.000... Alter, das Video ist zweimal gecopyrighted worden. Ich kann mir das leider nicht jetzt hier geben, weil... Copyrights gründen. Also ihr müsst mal Videos schicken, die ich nicht... Oh, der Fall. Was war das denn gerade? Videos schicken, die halt nicht gecopyrighted sind. Aber ich weiß, basically ist mega der Cringe. Und ich verstehe euch ja. Und ja... Das sind 5 Minuten, Leute. Ich kann mir jetzt nicht mein Video vollpacken mit dem Cringe... Oh, das kenne ich doch... Oh, das kenne ich doch alles. Alles kenne ich. Ach, come on. Ah, die hier mit den... Mit ihren... Die Laptops und die richtig drüber auf, dass ihr 5. kaputt ist. Mega spoilt, Alter. Mann, Mann. Ich glaube, du haust sie richtig raus. Dann sind das Videos, die jeder kennt. So, da... Copyrighted sind. Okay, Leute. Nächstes Mal... Das sind irgendwie noch cringigere Sachen. Diese Runde. Die letzte Runde geht dann anscheinend. Auch mal wieder ein Mützi. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In einer neuen Folge von... Quinchidinji. Ich geh mich jetzt erhängen. Und wir sehen uns dann. Ich hatte heute mal auch mal einen Spaß. Vielen Dank. Einen Sinn. Ach, halt noch die Fräse. Tschüss. Mach einen Like da. Abonniert mich. Schaut euch jetzt nicht in die Kommentare.